UNTERTITELUNG Ich habe mich journalistisch auf meine eigene Seite konzentriert und habe das Unternehmen weiterentwickelt, habe mich aber den Journalismus ein bisschen reserviert und führe noch immer eine kleine Gesprächsrunde. Ich habe vor zwei Jahren mal die Landeswählenabstatt in Bayern ein bisschen geärgert, indem ich die erste Rundfunklizenz für einen YouTube-Kanal da getragen habe, habe mit dem OMF eine Wette geführt, dass man einen Übertragungswagen und einen kleinen Kreisekoffer einbauen kann. Beides ist mittlerweile in die Realität umgesetzt, nennt sich dieser unter Gesprächrunde und ist für mich so ein bisschen meine kleine Start-up-Show, wo ich hier einfach Menschen einlade, die sehr, sehr viel schlauer sind als viele andere oder die sehr viel mehr ausprobiert haben, wo ich diese Menschen kennenlernen möchte. Hier sehe ich ein Gespräch zum Beispiel. Der Kollege ist um heute die Unterricht für die Bravo-Screenfront geleitet. Der Kollege unten rechts hat so ein kleines soziales Netzwerk, wo 1,2-3 Milliarden Mitglieder mittlerweile drin sind. Und ich versuche also ein bisschen den Kontakt zu halten, auf der einen Seite sehr persönlich mit diesen Menschen und auf der anderen Seite aber auch technologisch, wie gerade erwähnt wurde, produziert wir seit 1999 Redaktionssysteme. Eins davon läuft unter anderem bei der weltweiten Webseite MGM, wo wir die TV-Seiten pflegen. Dann haben wir ein europaweites System für Douglas, wo die eigene Facebook-Seiten pflegen. Da geht es also sehr viel mehr um Verkaufen, um Conversion, um Adressgenerierung. Ein anderes System läuft bei O2, wo wir versuchen den Kundensupport für Geschäftskunden in sozialen Netzwerken zu verbessern. Und hier haben wir noch ein leitscheinliches Projekt von mir, das ist das Uniradio München, wo wir versuchen einfach ein Radio-Lab zu bauen, wo ich sage, Mensch, wie könnte Radio eigentlich funktionieren, wenn man es technisch anders begreifen würde. Hier sehen Sie den Web-Radio, das auf dem Smartphone exakt so aussieht wie rechts der Schicht auf der Website. Und wir wissen aber im Hintergrund, in Echtzeit, welche Zielgruppe hört, gerade welche Song, haben Mädchen ab 24 bei Wojogi jetzt mal live regelmäßig abgeschaltet oder nicht. Also so keiner selber leistet sich kein Trainingstudium, sondern kriegt das einfach nur den Web-Player geliefert. Da ist noch ein kleines Social-Connecting drin und damit kann man sehr viele Daten einholen, ohne dass man den Leuten quasi nackt auf den Internet schauen muss. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen mein Arbeitsfeld. Hier sieht man noch mal die Zahlen und jetzt darf ich mich starten mit einem Katzenfoto, weil das ist ein besonders erfolgreiches Netz. Und der Vortrag wird ein bisschen trocken sein, ich habe Ihnen das versprochen, weil es geht sehr viel um objektorientierten Journalismus, was ein völliges Unwort ist. Und um es ein bisschen aufzuhalten, habe ich mir diese Katzen mitgebracht. Also Social, Mobile, Local ist so ein bisschen das Stichwort dabei. Wie erstellen wir eigentlich Content nächstes Jahr, übernächstes Jahr, eigentlich jetzt schon. Es gibt ja viele Kollegen von hier, die da unterschiedlich weit sind. Christian Lindner, der sich wahrscheinlich total anweilt auf dieser Konferenz, weil er das alles seit fünf Jahren macht, bis hin zu den Gesprächen, wo man sagt, naja, die Zeitung bringt, das ist doch alles noch die Qualität, das ist doch als Papier gebunden. Also da sind verschiedene Spannungsfelder dabei. So, ich starte mal ein mit dem sozialen Druck. Da gibt es einen Menschen, der hat einen Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch steht ein Papier. Und da steht drauf, stay focused and keep shipping. Also konzentriere dich auf das, was wichtig ist und kümmere dich um deine Arbeit. Das ist der Schreibtisch von Max Hackerberg. Das gibt dann auch dieser Zettel. Und gleichzeitig ist das der Kollege, der uns so tolle Sachen bringt, wie Push-Benachrichtigungen aufs Handy. 22 neue Freunde machen, nicht auf ein Foto getaggt, du musst unbedingt Quiz-Do-Action schicken usw. und so fort. Instant Messaging, wenn sie heute eine E-Mail schreiben zu jungen Leuten, kommt die nicht an, weil E-Mail ist was für alte Leute. Dann finden sie Snapchat oder WhatsApp oder WeChat oder eine Facebook-Chat. Gleichzeitig haben wir eine Technik wie die Open Graph Vernetzung. Facebook hat eine eigene Datenbank, die als der Open Graph bezeichnet wird, in der sehr viele Dinge drinstehen und es gibt eine eigene Suchmaschine mittlerweile, wie den Open Graph Search, wo sie dann sehen können, Mitarbeiter von Axel Springer, die in der Kochstraße in das Restaurant gehen, die gleichzeitig registriert sich bei Baggy's Friends. Also mit solchen Fragen kann man da machen, wenn man dementsprechend die sozialen Netzwerke so geboten kann. Und die Freigabe des Gesetzes. Also wir haben diesen sozialen Druck auf der einen Seite, der macht uns ein bisschen Stress, der ist aber auch ganz wichtig, weil sozialer Druck bindet uns an andere Menschen und sozialer Druck ist oftmals auch ein hervorragendes Mittel für Geschäftsmodelle. Das Beste, was mir aus der alten Zeit an sozialen Druck einfällt, ist das USB-Kabel. Das erste USB-Kabel, das weltweit ausgeliefert wurde, war das Verbindungskabel zwischen zwei Gameboys. Kurz in der Handdruck werfen, wir hatten einen Gameboy, der Kinder den Gameboy hat. Das ist eine ganze Menge. Da kaufen Sie ein so ein Gerät und da ist ein kleines schwarzes Kabel dabei, damals war es noch grau, und das Kabel kommt an der zweiten Seite wieder ins rein. Was kaufen Sie im zweiten Gameboy? Oder Sie suchen jemanden, der auch so einen Gameboy hat. Das ist sozialer Druck, erstmalig über Technologie definiert, und das war das erste USB-Kabel, das der weltweit hat. Heute sieht das mit dem sozialen Druck anders aus. Sie bekommen wirklich eine Benachrichtigung und werden danach eben auch mitgliedert in einem sozialen Netzwerk. Aber Sie haben irgendetwas, was Sie beide verbindet, und das ist nicht einfach nur Ihre Freundschaft, sondern es ist vielleicht der Content, dass lustige Steine von oben nach unten fallen. Wir haben uns oftmals falsch verstanden mit diesem sozialen Druck. Wir haben zum Beispiel hier ein Beispiel von dem Social Reader, den hat Washington Post gemacht, den hat Yahoo gemacht, den hat Stern.de gemacht, wo man hier rechts oben sich einloggen konnte bei Yahoo. An sich eine gute Idee, ich habe mein Yahoo-Kennwort schon seit drei Jahren vergessen, jetzt darf ich mich auch mit Facebook einloggen. Und dann sagt Yahoo, Mensch, toll, und wir können auch übrigens deine Freunde gleich verbinden. Und so, ja, von mir aus macht, die ganzen Ecken habe ich gar nicht gesehen. Und dann bin ich auf dieser Seite, Justin Liebers Mama packt aus, selbst man versucht, Drogen und Missbrauch. Und wenige Sekunden später kommt auf meinem Handy eine Push-Benachrichtigung an, dass mein Kollege den Artikel kommentiert hätte, den ich gerade gelesen habe. Und ich denke mir, oh, what? Der wird also live geteilt, was ich gerade lese, und das wird als Social Media entzeichnet, also als soziales Erlebnis für mich. Ganz ehrlich, nee, 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 da wird jemand reich, weil die Waffen auf meiner Schulter. Und genau das passiert. Hier sieht man die Zahlen ganz kurz vom Social Media in Washington Post. Die Reichweite explodiert erst mal nach oben. Beim Champion an der Türkin in die Augen und sagt, Juhu, es funktioniert. Sozialwissenschaftler sind ein Reichweiten-Generator. Und die kriegen die Treffen über Facebook. Hurra, lasst uns mehr damit machen. Und dann bleibt die Reichweite erst mal dauerhaft oben und geht aber leicht nach unten. Man denkt sich, ja, hat sich halt mittlerweile jetzt so etabliert, machen halt nicht alle. Und irgendwann geht die Reichweite so in den Keller. Das bezeichnet man auch als den Tot-Hahn-Effekt. Der Tot-Hahn, der bisschen skinny gefüttert wird und sich freut. Und gar nicht weiß, was ihm passiert. Sagen wir mal, ist der Tot-Hahn tot. Also, weil Menschen natürlich wissen, wie sie bei Facebook in die Sicherheitseinstellungen gehen und das alles abschalten. Nein, sie wissen es natürlich nicht. Sollen sie sagen, ich gehe nicht mehr auf Yahoo, ich gehe nicht mehr auf die Washington Post, ich gehe nicht mehr zu Stern.de, in diesen Social Reader, weil ich gar nicht weiß, was sie da tun. Und sie haben solche Sachen bis heute, wenn sie sich diese Online-Bidiathek von Washington sehen, dann ist sie auch mit Facebook verbunden und es wird alles geteilt. Und das ist manchmal ganz nett. Aber wenn sie sich einen Abend lang echt scheiße kümmern, sie wollen sich drei Folgen von Sissi anschauen, ist das Resortationsshake bei 850 Freunden. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht überhaupt noch bei euch selber verwenden. Also, das ist das falsche Verständnis von Social, wenn wir darüber nachdenken, mit sozialen Netzwerken Reichweite zu generieren. Das war so die erste Chance, die uns Facebook gegeben hat. Die Technologie nannte sich Frictionless Sharing, also irgendwas teilen, wo das was passieren muss und war ein echter Rohrkrepierer und das vergesse ich bitte jetzt alle. Okay? Ja? Einfach nicht machen. Gut? Okay. Gut, dann kommen wir zum Häschen. Wir reden mittlerweile schon ein bisschen Echtzeit, weil alles passiert irgendwie gleichzeitig. Der Traffic wird definiert. Also, wenn Sie was bei Facebook posten und da ist ein Link dabei, dann kommen 2500 Nutzer danach auf Ihre Facebook Fanpage oder Sie kommen auf Ihre Zeitungseite. Das heißt, der Traffic wird irgendwie so ein bisschen definiert. Wodurch wird der Traffic definiert? Durch Aktion und Interaktion. Weil fünf Leute irgendwas geliked haben, weil fünf Leute irgendwas kommentiert haben, hat sich dieser Link besser verbreitet. Das sind so ein bisschen die Methoden, die wir von Twitter, von Facebook und von Google Plus kennen, auch von YouTube, dass die Interaktion mittlerweile extrem wichtig ist. Vorhin hat jemand gesagt, Twitter ist kein Linkschleuder, würde ich zu 100% unterstreichen. Das ist kein Nachschleuder. Sie brauchen die Interaktion, weil die Interaktion nochmal den Traffic abfüttet. Und das Nächste ist deswegen, wenn man am Sonntagabend vor dem Tag raus sitzt und bei Twitter reinschaut oder bei ich bin als Tag und bin hier raus, dann merken wir, dass Twitter explodiert, weil alle darüber dran liegen unter einem Hashtag, E-Base oder Tatort. Das ist also natürlich das Echtzeit-Erlebnis. Das Spannende ist aber, dass wir momentan das Echtzeit-Internet für die Huper-Huper-Huper-Super-Erfindung finden. Wir überlegen Sie die nächsten Steps, nämlich ein Predictive Web. Also nicht die Frage ist, was passiert jetzt, sondern was wird jetzt gleich passieren. Das ist viel interessanter Vorherseite zu machen. Es gibt ein Startup, das zum Beispiel eine Parkplatz-Alert-App gebaut hat. Sie haben mit einem Handy so viele Sensoren, dass wenn Sie damit parken und das Auto verlassen, dann registriert diese App, dass Sie jetzt nicht mehr in der Nähe Ihres Autos sind. Analysiert Ihren Weg von dem Auto weg. Und sobald Sie den Weg zurück machen und nur anfangen zu gehen, und das geht ein wenig in die Richtung, fände ich dieses System einen Alert auszusehen. Und zwar alle anderen, die in der Reichweite, die Sie jetzt brauchen, um zu erreichen, um Ihr Auto zurückzugehen, quasi diesen Parkplatz erreichen würden. Also wenn Sie ein Radiosender sind, die gibt noch Staupunklosen, die Sie alle halben Stunden vorlesen und immer noch denken, Sie müssen TomTom hinterher hinken, dann merken wir schon, dass wir komplett personalisierte Alerts mittlerweile haben. Also dieses ganze Nutztational, Use, you can use, verändert sich vollständig, weil wir mittlerweile eben dieses Predictive App haben. Sie kennen das von den Staupunklosen, Sie werfen voraus, die bei einer halben Stunde später ankommen. Da passiert unheimlich viel, und das wird natürlich aufgrund von Daten gemacht, die man aus der Vergangenheit hat. Deswegen würde ich auch unterstreichen, dass Sie für Ihre Angebote natürlich einen Webinarysen brauchen, aber da geht es eben nicht nur darum, was haben die Leute nun gekriegt, oder welche Rubriken haben nun funktioniert, sondern Sie müssen sich mit viel mehr Sachen beschäftigen. Ja, wie verbreiten Sie die Inhalte? Sie können natürlich auch Inhalte machen, die sich von selbst verbreiten, wenn Sie natürlich eine Katze auf einen Staubsaugerroboter in einem Haifischkostüm setzen, bis die Sachen gibt jetzt, da brauchen Sie nichts mehr machen, das läuft dann in die Sonne. Und es dauert dann ungefähr 20 Minuten, bis es bei Reddit durch die Decke geht, und dann dauert es ungefähr noch mal drei Monate, bis es dann noch mal irgendwo anders in die EU haben, und die ganze Zeit darüber geschrieben hat. Also, ja, wir können auch gerne über Inhalte diskutieren, über Qualitätsjournalismus, und das ja leider nicht funktioniert in sozialen Netzwerken, und dann machen wir alle Videos von Katzen in den Haifischkostümen auf Roboter-Staubsauger. Ist das die Zukunft? Wollen wir das? Wenn Sie das wollen, dann können Sie jetzt hier sagen, okay, funktioniert, machen wir, können wir jetzt rausgeben. Brauchen Sie den Rest nicht machen. Also, kann man machen, ja? Und zweitel, das ist ja auch der große Vorkruf, wenn Sie dann auf dem Mediental in München sitzen, und darüber diskutiert werden, ob BuzzFeed die Zukunft der Journalismus ist. Und das Einzige, was Sie im Kopf haben, sind Wundewegings mit langen Ohren, die durch die Gegend rennen. Und Sie sagen, nein, das ist bitte nicht der Journalismus der Zukunft. Dann haben Sie aber leider BuzzFeed falsch verstanden. Weil BuzzFeed hat diese Form als ein Mittel, aber nicht als das Gesamtmittel. Sondern bei BuzzFeed steht die selten intelligente Algorithmus dahinter, der genau das tut, nämlich objektbasierende Journalismus. So, da schauen wir uns genau an. So, Vituativ-Evigenz, Sie haben alle mittlerweile so ein kleines Smartphone in der Hand. Hier links so eine Stalker-App, die kommt von Apple selber, da können Sie Ihre Freunde markieren. Sie können sagen, wo ist denn Inge? Und Inge hat keinen Bock, mich alle fünf Minuten anzurufen, dass sie in New York auf derselben Konferenz ist. Also darf ich Sie live checken. Google hatte das mal mit Google-Latitude. Hier links sehen wir Foursquare. Wer ist hier bei Foursquare eingecheckt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie merken, dass das Nischen-Netzwerk aber sehr cool ist. Sie sitzen am Flughafen rum, sind am Gate A11 eingecheckt. Und sehen aber Freunde von Facebook oder Twitter oder Foursquare, die auch am Flughafen München eingecheckt sind. Und aus einer halben Stunde toter Zeit werde ich jetzt ein schönes Kaffee trinken. Ich mache das sehr gerne. Also, wenn Sie sich mal bei Foursquare treffen wollen, sitzen sehr viele an Flughafen rum. Das geht aber auch mit Autos. Wenn Sie zum Beispiel BMW anschauen, die sagen nämlich, pass mal auf, ich weiß nicht, wo dein Auto steht, aber ich weiß, wo mein Auto steht. Und du kannst eins davon haben. Aber sobald ich in dem Auto drinnen sitze, weiß BMW auch, wo ich rumfahre. Ja, situativ Intelligenz, ich gehe mit dem Smartphone rum und ziehe mir schnell das Auto. Ich kann aber auch ein Auto nehmen, das einfach bei Taxi heißt. Bei Taxi fällt jetzt an, ab demnächst Same-Day-Delivery zu machen. Also zur Tour vorbeizufahren, die Stehrendalle mitzunehmen und dann auf einer Leerfahrt vorbeizufahren. Wer von Ihnen hat schon mal die Notwendigkeiten dafür, einen Akkuschrauber zu brauchen. Und es war keiner zu Hause. Der klassische Akkuschrauber ist nicht so runter. Dann gehen Sie zu By Own It. Da suchen Sie auf der Kino-Position von sich selbst im Umkreis von drei Kilometern. Dinge, die Sie gerade brauchen, die man dann alles abt. Das leihen sich die einfach aus. Und die Mitfahrgelegenheit kennen wir auch schon. Also situativ Intelligenz, Sie brauchen alles jetzt zur richtigen Zeit. Es gibt sehr viele neue Angebote, die versuchen ein Nutzungsszenario zu erfüllen. Und diese Angebote haben extrem viele Daten über uns. Wir wissen extrem viel, was wir in der Vergangenheit gebraucht haben, wo wir uns hinbewegen, was wir machen. Das sind lokale Daten, deswegen habe ich die mal mitgebracht. Der Nutzer des Tagesprodukts. Und wenn wir uns die Handys anschauen, dann haben wir in den letzten Monaten irgendwie die Diskussion geführt, stirbt Facebook? Sehe ich momentan nicht. Die andere Frage ist aber, was ist mit Google Plus? Wenn Google Plus wird dann so erfolgreich sein wie Facebook. Wenn Sie sich Google Plus als Startseite ansehen oder als Webangebot, dann haben Sie Google Plus nicht verstanden. Die Google Plus Seite ist total obsolet, die braucht keiner. Wenn Sie aber merken, dass Android mittlerweile am schnellsten wachsende Handybetriebssystem ist. Und Sie dieses Gerät nur dann überhaupt einschalten können, wenn Sie ein Google Plus Account mit dabei haben. Dann können Sie sich vorstellen, wie lange es dauern wird, bis Google Plus die Nutzerzahlen von Facebook um ein Vielfaches verholt hat. Und in diesem Handy sind so viele Sachen drin. Google hat vor ein paar Monaten angekündigt, dass Sie keine Cookies mehr wollen. Cookies, die brauchen wir alle zur Vermachtung. Damit machen wir die ganze Analyse. Und da gibt es zeitseitig in der EU eine Datenschutznobedierung, die sagt, wir brauchen eine Cookie-Richtlinie, die wir mit Datenschutz umgeben. Und dann kommt dieser klasse Primus-Gubel, der dann sagt, wir brauchen gar keine Cookies mehr. Und wir denken uns, sind die jetzt brav geworden? Wollen die jetzt nicht mehr tracken? Nein, die haben mittlerweile ihre eigenen Logis. Für jedes Produkt logge ich mich einfach nur Google ein, die wissen es einfach nur in der eigenen Datenbank. Die brauchen kein Cookie hier. Nur ist es ziemlich doof, weil wir Ihre Google-Anzeigen perfekt auch ohne Cookie künftig auswerten können. Nur wir unsere oder Ihre Anzeigen, das haben wir gesagt, eben damit nicht auswerten können. Das heißt, die sozialen Netzwerke werden ein extrem wichtiger Bestandteil einer Vermarktung, wenn wir über solche Technologien achten. Was haben wir mittlerweile drin zu verhängen? Wir haben ein Google-Konto, wir haben GPS, wir haben die IP-Orderung, da sind wir schon mal komplett lokal. Wir haben die Cookies zur Browsernutzung, wir haben aber auch noch die installierten Apps. Wir haben mittlerweile NFC-Chips und Sensoren. Wenn Sie durch ein Einkaufszentrum gehen und Sie sind in dem Einkaufszentrum im lokalen WLAN eingewählt, dann kann das Einkaufszentrum exakt berechnen, welche Bewegungswege Sie haben. Es gibt auch hier im Hotel, es sind vielleicht ein Swisscom-Netzler, da sehen wir jetzt nach uns auf der Karte anschauen, wie der Baum jetzt erfüllt ist und wie er sich nach meinem Vortrag wieder lehrt. Und wenn er sich während meines Vortrags lehrt, dann kann ich doch auf Rückschlüssel schließen, dass mein Vortrag nicht gut war. Also das sind Bewegungsdaten. Ja, das ist der nächste Punkt, da warten wir die alle drauf. Die Brille sieht zum Beispiel so aus wie ein Handy, die stammt aus den 80er Jahren. Die wollen wir also nicht tragen, auch nicht, wenn die aussieht wie so ein Hipster-Gestell. Das wollen wir nicht. Aber gleichzeitig kommen dann Produkte um die Ecke, die uns eine kleine Vorahnung geben, was wir mit diesem Internet der Dinge langsam haben und wo überall Nutzungsszenarien eingebaut werden. Und ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren Zeitung in meinem linken Auge lese. Ich weiß es nicht. Ich kann dann aber auch keine Prognose abgeben. Vielleicht fühlen die mich damit total unwohl. Ich habe diese Brille nochmal ausprobiert. Da war der Nutzwert für mich so lagar. Ich habe aber ein ähnliches Produkt zum Snowboarden. Ich habe eine Snowboardenbrille mit einem Head-Up-Display. Wo ich zum Beispiel gerade sehe, wie der Shift heißt, auf dem ich gerade bin. Oder wo meine Freunde gerade sind, wo der Lamin-Warendienst eingebaut ist. Da ist das Nutzungsszenario wieder anders. Also dieses Thema Virtual Technologies. Sie fragen sich, was das alles mit dem Journalismus zu tun hat, wenn auf einmal Philips Blüben erfindet, die man mit dem Handy steuern kann. Sie fragen sich auch, was es für einen Nutzwert hat, wenn Ihnen die Seite mein Bild bei Instagram liked und dann bei Ihnen zu Hause die Lampe rot angeht. If this, then that. Was hat das für einen Nutzwert? Na ja, wenn Sie den Tatort am Abend anschauen, wäre es so leicht. Vom Colorgrading auf Blau-Grün gestaltet. Und der Fernseher hinten hat schon die passenden LEDs. Dann nennt man das Ambilight von Philips. Und das gleiche können Sie jetzt mit der Gedankung Raumbeleuchtung machen. Na, lese ich dann automatisch. Was wäre denn, wenn ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung lese, und meine Hübe, dass er kennen, dass ich ein Lesebuch bin. Vielleicht hat das mit dem Journalismus zu tun. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch die Möglichkeit, einen Nutzer zu motivieren, seinen Daten mit meiner Zeitung zu verwenden, und sich damit mit mir zu personalisieren. Vielleicht ist das eine andere Form von Personalismus. Vielleicht finden wir auch so krank, dass wir in Zukunft Bluetooth-Zahnbürsten verwenden, wo ich auf dem Display sehen kann, wie gut mein Zähnen putzen ist. Colibri-Zahnbürste, vorgestellt vor drei Wochen in Las Vegas. Connected electric toothbrush. Sie sehen Ihre Zähne auf dem Display. Das ist das Nutzungs-Szenario, das Sie gerade angesprochen haben. Finden wir um 6.30 Uhr auf dem Mobile-Phone statt? Vielleicht finden Sie grünftig um 6.30 Uhr in der Zahlgröße statt. Ich weiß es nicht. Macht darüber auch keine Prognose. Also was bedeutet das für den Journalismus und sein Geschäftsmodell? Versuchen wir mal das Geschäftsmodell in den letzten Jahren anzusehen. Zwerg war für viele Verlage ganz am Anfang ein Marketing-Kanal. Hier eine Website der Süddeutschen Zeitung aus dem Beginn des Internets. Parallel rechts daneben online als Geschäftsmodell. Das ist die erste Seite von der Immo-Welt. Sie haben also verstanden, dass das Liefern von Immobilienanzeigen über eine Internetseite deutlich effizienter ist als das Welsen von Papieren. Wir haben damit erstmal ein Geschäftsmodell der Verlagswelt eingeangst, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Heute hat die Immo-Welt eine Facebook-Fanpage und findet sich damit total überlieber. Das finde ich total toll und Social. Das braucht aber keine Sau. Weil ich über Facebook höchstens den Kundensupport mit der Immo-Welt bestarten kann und sagen kann, hey, eure Website funktioniert nicht. Gleichzeitig gibt es zwar Angebote wie ihr Immobilien, die mittlerweile mehr Hotels oder mehr Übernachtungen vermitteln bei großen Konferenzen als Hotels in großen Konferenzstätten. Das sind Privatwohnungen, die man sich lieben kann. Und Sie können die aber nicht einfach so mieten, sondern Sie melden sich mit Facebook an. Und dann sehen Sie, wenn Sie in Hamburg übernachten wollen, und Sie die Immo-Welt gezeichnet in Ihrer Wohnung, dann sehen Sie, wie Sie sagen, Hallo, wo ist ein Freund der Gastgeber bin. Und dadurch wird die Vertrauenssignal hergestellt, dass Sie ihm sagen, kann ich Immo-Welt vertrauen? Ist die Wohnung ja so rufig? Und Immo-Welt hat die Immo-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt. Wenn Sie ein Foto von Ihnen zeigen und Sie dürfen so Sex-Börsen-mäßig Hot-On-Up draufdrücken, würden Sie diese Person 50 Euro nennen? Und dann sagen Sie ja oder nein, ja oder nein, ohne dass man Sie fragt, hätte ich ein komplettes Rating-System und Ihre Kreditwürdigkeit. Und dann fragen wir uns nach die Stufe bei Facebook-Schliffen. Also, aus solchen Sachen sind theoretisch möglich. Ich habe jetzt völlig neue Ansätze, wie wir mit sozialen Netzwerken umgehen, wenn es um das Thema Recommendation Engine geht, Vertrauensfilter, Vertrauenswürdigkeit, Empfehlungsmaschinen. Wo sind soziale Netzwerke im Medienkonsum in Ihren Angeboten heute schon eine Art Empfehlungsfilter? Sie kennen alle den Facebook-Algorithmus, diese Startseite, die Themen danach listet, was für den Nutzer besonders empfiehlt ist. Gibt es sowas in der Verlagswelt bereits? Wenn ja, wo? Ich habe es noch nicht gesehen. Wenn nein, warum nicht? Das Zweite, was wir haben, ist, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was eigentlich der Return on Invest von diesem ganzen Social-Media-Kram. Und ich glaube, dass der Return on Invest, also die Nachhaltigkeit darin besteht, dass man sagt, soziale Netzwerke schaffen eine dauerhafte, aktive Kundenbeziehung. Und einer dauerhaften, aktiven Kundenbeziehung verändert sich nicht nur der Kunde, sondern auch der Dienstleister. Die beiden immer wieder. Die werden gemeinsam alt, die werden gemeinsam wieder singen oder wieder verheiratet oder haben wir mal keine Lust und haben mal mehr Lust wie auch immer, das ist wirklich egal und man kennt sich irgendwie. Man misslaucht sich nicht gegenseitig, man ist in einer Bindung, man lässt sich auch in Ruhe und man kennt sich ja ein bisschen. Und wenn wir uns mal das jetzt auf die Verlagensbilder anschauen, dann haben wir momentan eine sehr prekäre Situation. Sie haben ein analoges Print-Produkt, das über viele Jahre hervorragend funktioniert hat und mittlerweile schlägt. Für dieses Produkt haben Sie hervorragend ausgebildete Journalisten und Sie haben hervorragend ausgebildete Betriebsmitarbeiter. Ohne Zweifel. Jetzt kam das Web, das ist schon ein paar Jahre her, aber es gibt es immer noch, es ist noch nicht weggegangen. Und dieses Web hat Sie dazu gezwungen, dass Sie Online-Redakteure einstellen mussten, die eine schlechtere Ausbildung haben, die schlechtere Zeit sind und Sie haben Verwaltungsmitarbeiter, die eine schlechtere Ausbildung haben und die schlechter bezahlt sind, die das Online-Produkt nicht verkaufen können. Und warum Online nicht funktioniert und warum Sie die Menschen dort schlechter bezahlen oder anders behandeln, liegt daran, weil Sie sagen, Online verdienen wir kein Geld. So, erstmal so eine Bestandsaufnahme, Sie können mich dafür gerne kritisieren, auch unterbrechen. So, jetzt haben Sie diese Web-Redaktion aufgebaut und jetzt lernen Sie aber, dass junge Zielgruppen verlieren und neue Leser nur noch online bekommen. Diese Online-Leser kennen aber den Qualitätsschönerlismus nicht mehr, weil der Qualitätsschöner des Moos findet ja maßgeblich noch im Printbereich statt und nicht im Online-Bereich, wo Sie nämlich alle Artikel, die bloß in Ihre Redaktionssysteme per Copy und Paste einklatschen. Wenn Sie sich so viel Zeit für jeden Artikel im Layout geben würden, online für die Zeitung, dann würden auch so tolle Dinge rauskommen, wie Snowfall bei der New York Times. Das machen Sie aber nicht, weil das auch nicht gezahlbar ist. So, jetzt kommt dann die Hoffnung. Steve Jones hat das Einblatt auf die Mühle getragen und auf einmal war Götter dennoch, bei den Verlagen, um dieses Wort noch mal dazu zu bringen und haben gesagt, Juhu, endlich können wir wieder unsere Zeitung verkaufen. Dann sind E-Payler entstanden. Es sind iPad-Magazin entstanden, Apps entstanden, für die Sie jetzt auf einmal den Begriff des Pay-Contents wieder gelegt haben. Dafür müssen Sie aber wieder extra Leute einstellen, weil wie Sie alle wissen, ist so eine richtig gute iPad-Ausgabe, die sich so anfühlt wie ein Bayern-Neller sieht, eben nicht mit einem Standard-Redaktionssystem gebaut. Das heißt, Sie bauen jetzt die dritte Redaktion auf. Und dann fangen Sie an, auf einmal in die Gründe von Max Hackerberg zu kriegen, der auf einmal ein soziales Netzwerk hat, wo Inhalte wieder anders funktionieren, und Sie auf einmal jetzt Videos machen müssen von Katzen im Haifischkostüm auf Staubsaugerrobotern, was aber mit Ihrer bisherigen der Redaktion auch nichts zu tun hat, und Sie fangen an, die vierte Redaktion aufzubauen. Wie ich, für dich bei meiner Realität, werde ich das so sagen. Nein. Wer von Ihnen hat vier getrennte Workflows für diese vier Bereiche? Kunsthandzeichen. Das traut sich dran, oder? Bei Ihnen ist das alles einer Redaktion. Alles komplett synchron. Aber die Print-Redaktion macht danach die iPad-Version, die macht die Soziale Zeit? Nein. Auch niemand. Also, Sie merken schon, ich will jetzt niemand aufstehen. Also, wir haben diese vier getrennten Bereiche. Print, Web und Mobile momentan sind gerade mal so ein bisschen verbunden über irgendwelche Kundendatenwakten und sonstige, irgendwelche Cross-Media-Kampagnen, um es dann gerade mal schaffen, nämlich über Antworten, die Zeilen zu kriegen. Versuchen wir es mal ein bisschen weiterzuführen. Soziale Netzwerke als Layer. Einfach nur als Ebene für Geschäftsmodelle. Mobile einfach nur als Nutzungsszenario. Noch nicht als extra Markt-Event, sondern einfach nur, dass es halt ein anderer Weg, wo dasselbe Produkt genossen wird, und bei sozialen Netzwerken wissen wir halt einfach mal, wer das Produkt konsumiert. Nicht mehr und nicht weniger. Dann haben wir immer noch den Bereich Digital und Print. Aber es kommt was Neues dazu für dieses Objekt. Was ist ein Objekt? Dazu haben wir nicht gleich noch. Und dann werden wir so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und das ist nur eine Prognose. Da hängt es mit dem schönen Buch um die Steinstrategie, wo Prognosen aber falsch stehen. Also es ist eine These, dass wir künftig einfach auf der einen Seite die digitale Welt haben, auf der anderen Seite die analoge Welt, und dass wir über das Objekt die beiden vernetzen können. Und jetzt haben sie zu Recht. Hä? Objekt. Was ist denn damit gemeint? Und es ist weitaus trivialer, als sich das vorstellen. Der Kollege arbeitet von Google und sagt, Relevance ist besonders wichtig. Und das sehen wir, wenn wir uns heute mal anschauen, nach welchen Faktoren ein YouTube-Video in der YouTube-Suche gefunden wird. Ganz am Anfang haben wir gedacht, da muss halt so heißen der Titel. Das Video muss halt einfach heißen, Lokal-Schneidismus-Forum. Bei heute wird es schon gefunden. Nein, mit nicht. Heute ist die Interaktion alles der wichtigsten Suchkriterien. Also, wie viele Views gibt es in diesem Video? Wie lange ist die relative Aufmerksamkeit? Dieses Video ist fünf Minuten lang. Von den 500 Nutzern, die das gesehen haben, die auch nach dem Begriff Lokal-Schneidismus gesucht haben. Wie hoch war davon auf Basis des Begriffs und auf Basis der Nutzer? Die Verweildauer. Haben diese Nutzer, die nach dem Begriff gesucht haben, in der Vergangenheit eine höhere Verweildauer bei anderen Videos? Oder schauen wir mal nur kurze Videos an. Sind andere Videos, die ähnlich lang sind, in ihrer Verweildauer besser? Als Beispiel dafür, Talkshows funktionieren bei YouTube nicht. Weil bei Talkshows, das ist ein typisches Phänomen, das zum Ende einer Sendung die Zuschauer entsprechen. Weil man ja linear immer ein- und ausschalten kann. YouTube erkennt aber nicht, dass da eine Talkshow ist, sondern sagt, hier fehlt die Dramaturgie. Und rankt dann in alle Talkshows runter. Weil die Interaktion fehlt. Das heißt, da kämpfen wir auf einmal mit klassischen Inhalten, die im Fernsehen gut funktionieren, gegen einen Algorithmus. Und dieser Algorithmus sagt, Interaktion ist immer wichtiger. Auch der Kanal Trust. Wer hat denn dieses Inhalt verbreitet? Welches Medium war das? Welcher YouTuber? Was hat denn für Trust dieser Kanal? Trust im Sinne von wie viele Abonnenten, wie viele Kommentare, wie viele regelmäßige Zuschauer. Also auch hier wird die Interaktion zu einem essenziellen Bestandteil des Rankings in einer Suche. und auch in der Auslieferung an die Abonnenten. Also die Abonnenten, da ist im Tübschen halt gekommen und gibt es Inhalte angezeigt, die für sie noch relevant sind. Und das sind alles Objekte, die wir haben. Diese ganzen kleinen Türen, die ich hier aufgezeichnet habe, sind alles Objekte. Das heißt, wenn Sie objektorientierten Journalismus machen, werden Sie überlegen, was sind denn in Ihrer Wertschöpfungskette Ihre Objekte? Ist es ein Bild? Ist es eine Schlagzeile? Ist es eine Geoposition? Ist es ein Datum in einem Datenjournalistischen Produkt? Ist es der Leser? Ist es die Verweildauer der Leser in der mobilen Variante verbringt? Ist es der Browser, der dabei findet? Das sind alles Objekte. Und diese Objekte müssen Sie jetzt nicht nur in der Analyse zusammenbringen, sondern diese Objekte müssen Sie vor allem auch in der Optimierung Ihres Angebots in Echtzeit aufeinander abstimmen. Sie müssen sich also in den eigenen alten Rhythmus ausfinden, wenn Sie so wollen. So, da ist Facebook gar nicht so weit weg von diesem Thema. Facebook macht das tatsächlich genauso. Und wenn man mal den Algorithmus von Facebook auf einen Satz zusammenfassen möchte, dann ist es so, je schneller eine Interaktion bei geringerer Affinität stattfindet, desto höher ist die Relevanz eines Objekts. Sollten Sie also jetzt ein Foto von meinen Schuhen machen und das bei Facebook posten, und Sie alle liken dieses Fotos, dann spricht das nicht für diese Promotivalanz hier, sondern dann spricht das für den Moment, den wir gemeinsam teilen, weil wir es alle auf derselben Geoposition liken, auf derselben Veranstaltung und viele von denen miteinander befreundet sind. Sollten diese Schuhe aber geleitet werden von Personen, die sich untereinander nicht kennen, die zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten an völlig unterschiedlichen Geopositionen die auf Gefällt mir klicken, dann spricht das für das Objekt Schuhen und nicht für den Affinität unter ihnen. Versteht ihr das? Das ist dieser eine Satz. Das ist ziemlich schlau. Darauf kann man nämlich die Relevanz von Inhalten sehr gut berechnen, wenn man die Affinität hat. Das Ganze hat natürlich auch eine schöngeistige Komponente, die Miriam Enkel sehr staub erkannt hat, die nämlich gesagt hat, das finde ich irgendwie komisch, dass es einen Algorithmus vorgibt, was wir sehen müssen, dass Algorithmen bestimmen, wie unser Dieselbehalt ist. Und da sind Sie sicherlich mit Miriam Enkel einer Meinung, dass Sie sich nicht von Raks Hackerberg diktieren lassen wollen, was auf der Agenda steht. Sie möchten selbst Agendas hier betreiben. Und Miriam Enkel ist vor ein paar Jahren auf eine Fehlermeldung von Facebook gestoßen, es war bei Facebook. Sie wollte nämlich einen Artikel liken, der schon gelöscht war. Und dann hat sie die Mail bekommen, This object cannot be liked. Du kannst dieses Objekt nicht gut finden. Und sie hat gesagt, das muss ich doch mir überlassen. Ich nehme jetzt fest, ob was ich hier gut finde und was nicht. Aber es geht technisch. Und sie hat gesagt, This object cannot be liked ist so ein bisschen ein Synonym dafür, dass wir uns von den Netzwerken diktieren lassen, was wir konsumieren, was wir überhaupt auf der Agenda haben. Das berühmte Wort, der Filterbubble. Sehen wir nur noch das, was unsere Freunde liken. Und deswegen sind diese ganzen Staubsauger-Reffischkostüm-Videos so extrem erfolgreich, weil wir halt wieder lachen. Und weil wir halt extrem leicht zu konsumieren sind. Das hat aber nichts mit Journalismus zu tun. Wenn wir also jetzt versuchen, das mal journalistisch weiter zu denken, dann kommen wir einfach, dann kommen wir möglicherweise in zwei verschiedene Welten des Journalismus. Und die Begriffe sind nicht ganz stimmig, aber ich versuche es zu erklären. Wir haben nämlich alle den empirischen Journalismus. Ich nenne das jetzt mal so, obwohl es nicht richtig ist. Das ist der Journalismus, der gut recherchiert. Das sind die Investigativgeschichten, wie sie Christian Lindner machte. Das sind die Sachen, die sie vom Radio recherchiert hat. Das sind die langen Geschichten, die gut vorbereitet sind. Das ist der Anspruchssjournalismus, der Qualitätsjournalismus. Und dann gibt es diesen akkvertiken Journalismus. Das ist so ein Schlecki-Silberstand, der einfach schaut, was geht im Web gerade ganz gut. Und daraus machen wir lustige Liste. Das geht auch. Früher hat jemand das Klickspecken genannt, bei Bildergalerie. Heute macht man einfach eine Galerie mit zwölf lustigen YouTube-Videos groß, den Weg raus und hofft, dass ein Leser sich verirrt. Ja, das wird es auch geben. Ohne Frage. Das Interessante ist aber jetzt, glaube ich meiner Meinung nach, wie wir es schaffen heute, wen die Nutzer mit einzugeziehen. Und sie schreiben heute mit Verlaub die Zeitung voll. Eine Zeitung hat deswegen so viele Artikel, weil sie so und so viele Seiten erfüllen müssen. Aber nicht, weil die Relevanz da gewesen wäre. Und das Layout bestimmt oftmals die Maske, aber nicht die Relevanz. Die Seite 3 ist deswegen so wichtig in einer Zeitung, weil es die Aufschlagseite ist. Es hat ja eigentlich Usability-Gründe, warum die Seite so prominent ist. Wie würde das in einem Online-Produkt aussehen? Und wenn ich heute schreibe, wir verfassen künftig vielleicht nicht nur 10 Themen für einen unbestimmten Leser, sondern wir verfassen ein Thema für 10 Leser, dann möchte ich Ihnen dafür ein Beispiel geben. Schreiben Sie eine Geschichte über den Mangel von Kindergartenplätzen in Bayreuth. Diese Geschichte ist bundesweit austauschbar. Sie wird nur unterschiedlich lauten, weil die Kindergartenplätze mehr oder weniger gut verfügbar sind. Nur die Situation ist für eine leihazisierte Mama eine völlig andere, als für eine Mama gerade frisch beiratet ist oder für einen leihazisierten Vater oder für ein älteres Ehepaar, das jetzt noch mal ein Kind bekommen hat und vielleicht schon voll im Berufsleben steht. Die Situationen sind völlig unterschiedlich, obwohl die Recherche eigentlich dieselbe wäre. Jetzt fangen Sie an, das Ganze in der Excel-Tabelle zu hacken und schauen sich an, wie viele Kindergarten, in welcher Leoposition, in welchen Firmen sind die für die Kindergartenplätze frei. Und machen daraus ein paar Schild-Trop-Down-Menüs auf einer Mobile-Weckside, wo Sie sagen, hallo, lieber Leser, hier ist für dich ein kleines Produkt, der User kann entscheiden, in welchen Firmen möchte sie suchen. Wenn Sie das Firmen wissen, in dem dieser Nutzer einen Kindergartenplatz gibt, können Sie das mit dem Hilfsengebiet matchen. Und Sie wissen auf einmal, welches Haushaltseinkommen hat diese Person. Das heißt, nur darüber wissen Sie, diesen Leser besser einzuschätzen. Sie können auch fragen, was musst du für ein junges Mädchen, für einen jungen Buben, ich mache dieses Beispiel extra so polarisierend, weil Sie merken schon, man wird auch da extrem schnell zur Datenschranke. Was gehen uns diese Daten eigentlich an? Damit haben wir nichts zu tun. Das ist diese Begehrlichkeit, ich baue ihn deswegen auf. Das heißt, Sie müssen auf der einen Seite einen journalistischen Weg finden, wie Sie den Nutzer besser erkennen, wie Sie wissen wollen, was der eigentlich weiß, woher er kommt, wer er ist, und auf der anderen Seite müssen Sie seine gewisse Datenethik einhalten. So was kann man durchaus vereinbaren miteinander. Dann kommen die Sozialnetzwerden wieder in den Spiegel. Sie können natürlich auch so ein Facebook-Connect oder ein Google-Connect oder ein Twitter-Connect bauen. Dann ziehen Sie sich die demografischen Daten von den sozialen Netzwerken mit rein und können auf einmal auch die Affinität herstellen. Wenn ich mich bei einer Reihenzeiter mit meinem Facebook-Login anmelden könnte und Ege Saar Müller das genauso macht, dann könnte die Reihenzeiter wissen, welche Beziehung wir beide zueinander haben, die wir gerade den selben Artikel lesen, und könnte mir daraufhin einen personalisierten Feed bauen. Solche Produkte wären möglich. Das bedeutet aber nicht, dass meine Freunde automatisch sehen müssten, dass ich und Ege Saar Müller gerade die Schlagzeile gelesen habe. Sie können ganz andere Beziehungen locken. Die sozialen Netzwerke, Inhalte müssen komplett cross-medial aufgebaut sein. Sie müssen zuerst online sein. Sie müssen stärker und leichter sein, aber auch kritisch sein. Sie müssen verstreut im Glück sein können. Und die Community, das bringt erstmal die Qualitätskontrolle, ist aber auch gleichzeitig dieser Schlüssel zur Individualisierung. Wenn Sie wissen, wer Ihre Zeit umliest, wenn Sie wissen, wer die App offen hat, dann können Sie das Produkt viel stärker individualisieren. Also denken Sie weniger über eine Paywall nach, als über einfach eine Login-Wall. Das hat ja einen Grund, warum man sich bei Facebook erst einloggen muss, damit man dann dieses Netzwerk konsumiert. Das hat auch einen Grund, warum man sich bei YouTube mittlerweile sehr schnell einloggen muss, weil man dann ein personalisierteres Fernseherlebnis bekommt. Es spricht nichts dagegen. Dann machen Sie eine Pyramidenform, wo Sie ein breites Angebot haben, oder ein dünnes Angebot haben für sehr viele Nutzer, die sich nicht bereit sind einloggen, und machen Sie ein sehr breites Content-Angebot für die wenigeren Nutzer, die sich einloggen können. Aber Sie kriegen bessere Daten, Sie kriegen bessere Nutzerstatistiken und Sie können die Inhalte auch besser ummachen. Wie können Sie das Szenario aussehen? Was Sie praktisch gemacht haben? Sie posten zum Beispiel den Link bei Facebook, bei Google Plus oder bei Twitter. Sie haben eine Google-Anzeige und Sie können sogar Artikel bewerten. Sie haben eine ganz normale gezielt gescheiterte Anzeige im sozialen Netzwerk, wo Sie Ihr Produkt bewerben. Sie schalten eine Landingpage. Und auf dieser Landingpage wissen Sie ja bereits, wo der Nutzer herkommt. Kommt der von Facebook, kommt der von Google, kommt der von Twitter? Wenn der E von Facebook kommt, dann wird Ihnen das Login von Facebook wahrscheinlich auch weniger stören, als wenn er von Google kommt oder wenn er über eine ganz normale Anzeige kommt. Wenn Sie die Anzeige schalten für Männer aus Hobertal, dann brauchen Sie das Learning nicht gestalten für Frauen aus Würzburg. Also Sie können auch hier im Learning viele Sachen machen. Erkennen Sie die Interessen und Konversionen. Vor allem schauen Sie sich sogenannte Negativ-Konversionen an. Was macht ein Nutzer denn nicht? Schauen Sie sich das an, die Reihen in einer anderen Angeboten. Was interessiert den Nutzer nicht? Und wenn Sie nicht interessiert sind, sind Sie kein zweites Mal. Wir machen auch alle Websites mit Erfolg. Wir sagen, da unten ist noch eine weiße Fläche. Können wir die irgendwie füllen? Können wir da irgendwie noch einen Newsletter-Bappen reinmachen oder sowas? Lassen Sie die Fläche einfach weiß. Versuchen Sie den Blick zu bewussten. Und dann spielen Sie ein individuelles Angebot auf. Wenn der Nutzer mit ihr bekommt, dann können Sie beim zweiten Mal ja wissen, was hat er nicht genutzt? Was hat ihn nicht interessiert? Dann spielen Sie beim nächsten Mal ein komplett individualisiertes Angebot aus. Und jetzt sind wir bei BuzzFeed. Die machen nämlich genau das. BuzzFeed würde ohne soziale Netzwerke nicht funktionieren. Und BuzzFeed würde auch ohne Mobile nicht funktionieren. Ich habe Ihnen eine kleine Rede mitgebracht von John Craig, die ich letztes Jahr in Austin gesehen habe. Er hat sie nochmal gehalten bei Garnier in London dieses vergangenen Jahr. Und ich möchte Ihnen einfach einen kurzen Ausschnitt zeigen, wie BuzzFeed die Welt sieht. Und es ist nicht die Welt des ganzen Content, sondern es ist die Welt für Aktivierung von Inhalten. Den wollten wir tun, bitte. Also es geht um die Aktivierung von Nutzern. Und die Desktop-Variante ist eine völlig andere als die mobile Variante. Er sagt, wenn das Ganze auf deinem Mobiltelefon nicht verfügbar ist, dann kann es sich auch nicht überall verbreiten und dann habe ich keinen Bock mehr. Und das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive von BuzzFeed sind Inhalte, die sich besonders leicht teilen lassen. Das sind die lustigsten 10 Momente von Lattery verlangen. Das sind die lustigsten Rundebilder oder sonst was. Aber BuzzFeed kann es auch persönlich sehr gut erklären in sogenannten Listicals, wie eine Syrien-Krise aussieht. Und das Interessante dabei ist gerade im Rhythmus hinten, weil sich nämlich BuzzFeed sehr genau ansieht, was ist denn der Referral-Traffic? Also woher kommen die Nutzer? Aus welchem sozialen Netzwerk, aus welchem Browser waren die schon mal da? Und dementsprechend wird diese Nutzer, wenn er diese Seite aufruft, ein völlig anderes Content-Umfeld abgezeigt. Und wenn BuzzFeed merkt, dass der Traffic für den einen oder anderen Artikel ansteigt, dann wird die Startseite automatisch umgebaut. Aber nicht für alle automatisch umgebaut, sondern sie wird personalisiert umgebaut. Das heißt, wenn Sie mit einem sozialen Netzwerk in Verbindung geraten sind auf BuzzFeed, werden Sie eine völlig andere Startseite haben und völlig andere Kategorieseiten, als wenn Sie das normal nutzen. Und vor allem gibt es eine Statistik mit ein, welche Zielgruppe bei welchem Artikel besonders reagiert, welche Zielgruppe hat was besonders leicht weitergeleitet. Also da steckt schon sehr viel drin von dem Begriff des Objektsjournalismus, was sich hier ausfährt. Was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, bevor ich Ihnen in eine Diskussion gehen möchte, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Fragen zu äußern und mich anzupöbeln und was weiß nicht was alles, also lassen Sie den Spaß machen. Ich möchte Ihnen eigentlich fünf Dinge mitgeben. Nämlich einmal Own Your Platform. Versuchen Sie nicht, alles wegzugeben. Das beste Beispiel dafür ist Storyfy. Sie nutzen alle Storyfy in den Zeitungsangeboten. Warum? Storyfy ist super, ohne Frage. Storyfy kann viele Dinge, die super wären, man kann es woanders entdecken. Aber Storyfy in Ihrer Nutzung ist das Indiz dafür, dass Ihre Federationssysteme so prekär schlecht sind, weil sonst müssten Sie eigentlich alle selber kennen. Das meine ich nicht Own Your Platform. Also, wenn Sie sowas nicht können selber können, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wenn Sie den Content, Own Your Content, das ist ganz wichtig, dass Sie eigene Inhalte haben, dass Sie auch eigene Machen aufholen. Es wurde vorher schon gesagt, Sie brauchen Ihre eigenen Personalities, Sie brauchen Redakteure, die sich auch gerne mal auf die Lüne stellen, die aber deswegen noch lange keine Rampen sollten. Ich hatte gestern am Abend im Gespräch die Ege geäußert. Machen Sie einen Leserkampf. Mieten Sie in den Ballräumen oder sonst rum, mieten Sie in kleinen Laden, verletzen Sie Ihre Redakteure mit den Leseranlagen, die Studiogäste einmachen, daraus lustige Hangout und hier bei YouTube, machen Sie irgendwas. Aber sagen Sie der Absender dieser Inhalte. Das ist ganz wichtig, weil dann können Sie auch selbst verwarnen, um die Nutzer von uns zu geben. Und das Dritte ist Know Your Users. Sie sollten Ihre Nutzer kennen. Persönlich wie auch im Digitalen. Haben Sie keine Angst vor Social Lawyers. Wenn Sie Angebote bauen, die auf einer ethischen Grundlage basieren, wie Sie diesen Daten oben gehen und Sie sagen, ob Sie Nutzer, wozu diese Daten brauchen, werden Nutzer Ihnen auch freiwillig diese Daten geben. Gehen Sie mal bitte auf ein Online-Angebot an einer großen Zeitung, die das Wort oder einer gewissen Zeiteinheit noch vor einem Namen hat, und versuchen Sie mal online das E-Paper zu kaufen. Machen Sie ein zweites Browser-Fest auf und melden Sie sich bei der Flirtbörse bei Dura an. Sie sind schneller verheiratet als im Besitzer eines PDF-Dokuments. Das hat aber keinen Grund. Der Grund ist aber nicht, dass dort schlechte Journalisten arbeiten. Im Gegenteil, es ist eine der besten Redaktionen, die ich kenne, sowohl im Print als auch im Online-Bereich. Es ist eine der innovativsten Online-Redaktionen. Was diesen Menschen fehlen, sind ein paar gute Teppichhändler, die kurz verkaufen können. Da müssen ein paar Leute arbeiten, die Seilen bauen können, auf denen man mit drei Clies was kaufen kann. Da müssen Leute daran, die bei Salado gearbeitet haben. Die wissen, wie man E-Commerce macht. Also auch das hat sehr viel damit zu tun, also mit dieser Online-Plattform. Ich meine, Sie müssen das überlegen. Sie könnten jetzt, wenn Sie diese Zeitung bei Google kaufen, Apple 30% Umsatz davon. Das können Sie machen, das funktioniert perfekt. Sie können aber auch die Kohle in die Hand nehmen und sagen, wenn wir es auf der eigenen Seite in die Bank gekriegen würden, würde das 30% der Umsatz bedeuten. Natürlich kostet das erstmal Geld, aber es ist die Hoffnung, dass Sie 30% der Umsatz machen, weil Sie Leute jetzt selber in Ihren Shop holen können, auch in der Plattform. Und dann fallen die Algorithmus. Also das ist das Nächste. Sie müssen wissen, wie dieser Facebook-Algorithmus funktioniert. Sie müssen wissen, wie dieser Google-Plus-Algorithmus funktioniert. Wie dieser Twitter-Algorithmus funktioniert. Weil dieser Algorithmus kämpft teilweise gegen Sie. Weil er lernen Ihre ganzen Mitbewerber und andere Medien und Nutzer genau gleich. Wer ist aber der Warteste? Wenn Sie aber wissen, wie diese Algorithmen funktionieren, wenn Sie sogar das Algorithmen teilweise austricksen können, wenn Sie einen eigenen Angebot oder eigenen Algorithmen haben, dann können Sie hier toll Sachen machen. Und die letzte und sinnlichste Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben kann, ist Get Your Own API. API steht für Application Programming Interface, also eine Programmierungsstelle. Das hat Twitter groß gemacht. Twitter ist doch an sich total simpel. Sie hacken irgendwie 40 Zeichen rein und machen Smiley Face-Algorithmus. Das Entscheidende war am Anfang, dass man damit nichts machen konnte. Und Twitter sagte, wir haben noch mal eine API. Und jetzt dürfte eure eigenen Sachen noch. Und dann haben wir uns dann die ersten iPad-Apps gebaut. Sie haben Twitter-Mails gebaut. Sie haben einen Monitor-Institut hier gebaut, wo man Fernsehsender mit Monitoren konnte. Und heute macht Twitter daraus auch sehr viele Kooperationen. Wo ist die API zur Frachfotter-Algorithmus? Wo ist die API in der ARD-Inghilfe? Wo ist die API zum Bagger-Sprupfunk? Wo ist die? Ich hätte die gerne. Ich würde mir gerne meine ARD-Inghilfe bauen mit den Inhalten davon. Ich würde gerne Traffic weitergeben. Das heißt nicht, dass der Inhalt klammen würde. Wir nehmen den Plan von mir auch nichts weg. Aber wir haben diese Remix-Kultur mittlerweile, diese Interaktions-Kultur. Und sie können auch mit dieser API wesentlich schneller mit neuen Partnern kooperieren, weil sie nicht immer vor diesen technischen Herausforderungen stehen. Ich habe hier gefürchtet, dass wir 37,5% von dem, was ich heute gesagt habe, technisch nicht verstanden haben. Das ist ein Problem. Und diese Probleme müssen Sie gerne lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine Meinung, das ich für mich übergebracht habe. Das Meinung nach dieser API ist, versuchen Sie Dinge zu bauen, wo andere eine leichtere Kurve regeln können. Versuchen Sie Ihre eigenen Plattformen zu bauen. Nehmen Sie die Technik deutlich wichtiger. Das wäre mein Appell an Sie. Und wenn Sie jetzt Erlaubtungen brauchen, oder anderer Meinung sind, dann würde ich gerne Ihnen auf die nächste zweite Diskussion gehen. Dankeschön.